Steht der nächste große Kampf zwischen Diogo Sangre und Alexander Petrovic bevor? Bei der ersten Ausgabe von Fame Fighting im November 2023 besiegte Diogo seinen Rivalen Alex mit einem klaren K.O. In diesem Jahr traten beide Reality-Stars erneut an, allerdings gegen andere Gegner. Nun könnte es im kommenden Jahr zur langersehnten Revanche kommen. Beim Box-Event am Samstagabend forderte Alex Diogo erneut heraus. Und Diogo nahm die Herausforderung ohne zu zögern an. Allerdings gibt es ein Hindernis zu überwinden. Die beiden kämpfen derzeit in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Diogo tritt mit 83,8 kg im Cruisergewicht an. Alex hingegen kämpft mit 100 kg im Superschwergewicht. Alex hatte sein Vorhaben bereits vor einigen Wochen angekündigt. Er erklärte auf Instagram, Eugen Lopez sagte zu mir, ich brauche dieses Jahr einen Sieg. Dann kommt es nächstes Jahr zum Rückkampf gegen Diogo. Er betonte weiter, Nach der peinlichen Vorstellung letztes Jahr muss ich mir den Rückkampf mit einem Sieg verdienen und das werde ich tun. Gesagt, getan. Alex besiegte in diesem Jahr seinen Gegner Chris Broye in nur zwei Minuten. Somit hat er sein Ziel wohl erreicht. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Veranstalter Eugen Lopez muss dem Kampf noch zustimmen. Wenn er dies tut, können sich die Zuschauer auf die erste Famefighting-Revanche freuen. Bereits in diesem Jahr gab es eine Premiere. Diogo gewann den allerersten Champions-Gürtel im Kampf gegen Bobby Chambers. Untertitelung des ZDF für funk, 2021 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.